Sie hören den Kurier. 15 der 16 wärmsten Jahre der vergangenen 250 Jahre sind nach dem Jahr 2000 eingetreten. Trockenperioden und Hitzetage über 30 Grad Celsius nehmen zu und es gibt immer extremere Katastrophen. So beschreibt nicht etwa die letzte Generation, sondern die niederösterreichische Landwirtschaftskammer die aktuellen Klimaprobleme. Die Klimakrise ist also längst da. Was die Landwirte längst wissen, hat am Montag einmal mehr der Weltklimarat IPCC bestätigt, in seinem mittlerweile sechsten Sachstandsbericht. Demnach finden weit verbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, im Ozean, in der Kryosphäre und der Biosphäre statt. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht, dazu gleich mehr im Tele-Podcast des Kurier. Heute mit mir, Michael Hamerl. Der Weltklimarat-Bericht bedeutet nichts Gutes. Ist die Klimakrise überhaupt noch aufzuhalten oder sollten wir uns darauf vorbereiten, dass wir uns an höhere Temperaturen gewöhnen müssen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit meinem Innenpolitik-Kollegen Bernhard Gaul. Hallo Bernhard. Hallo. Lieber Bernhard, du hast dich im Detail mit dem Bericht auseinandergesetzt. Vielleicht möchtest du noch einmal zusammenfassen, was da heute überhaupt vorgestellt worden ist. Eigentlich nichts Neues. Es ist der sogenannte Synthesebericht zum sechsten IPCC-Sachstandsbericht. Das ist quasi der vierte Teil. Der erste Teil kam schon 2021 raus, der zweite und dritte Teil im Jahr 2022. Und jetzt nochmal im März eben eine Zusammenfassung über das, was da war. Beim IPCC geht es ja darum, dass er die wissenschaftliche Grundlage für Entscheidungsträger, sprich für die Politik, bereitstellt, damit die endlich reagieren können. Was auffällt bei dem Bericht ist, es steht nichts Neues drin. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber was meinst du, es steht überhaupt nichts Neues drin? Also das haben wir alle schon gewusst. Dann können wir ja gleich aufhören. Also wenn ich sage, es steht nichts Neues drin, fällt auf. Wie gesagt, es ist der sechste Sachstandsbericht. Der erste ist 1990 erschienen. Und schon damals haben die Forscher eigentlich sehr genau vorhergesagt in Wirklichkeit, wie sich das Klima ändern wird. Auch in den nächsten 30 Jahren, in den nächsten 32 Jahren bis heute. Was eher auffällt, ist, dass die Forscher vorsichtig waren. Also eher konservativ sozusagen das eingeschätzt haben. Und die Auswirkungen, die tatsächlich eingetreten sind, sind eigentlich schlimmer als das, was angenommen wurde. Wie gesagt, jetzt ist der sechste Sachstandsbericht da, der das einfach noch viel detaillierter und die Wissenschaftler sagen, auch mit mehr Sicherheit sagen können, sozusagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das heißt aber, es haben sich die Voraussetzungen tatsächlich geändert oder hat sich die Wissenschaft selbst radikalisiert und ist es politischer geworden? Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Also sie zeigen Handlungsoptionen auf, aber geben mit Sicherheit niemand etwas vor, wie er was tun soll. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Aber es ist klar, die Wissenschaft hält sich da raus und sagt, ihr Politiker, ihr müsst entscheiden, wie das zu machen ist. Und um was es geht, ist ja wohl auch klar. Es geht darum, dass wir keine fossilen Energieträger mehr anzünden dürfen. Also kein Erdöl, kein Erdgas, keine Kohle. Und hat die Wissenschaft in dem Fall gar keine Handlungsalternativen parat? Also fehlt sie auch nicht, wie viel Solarenergie, wie viel Windkraft etc. wir ausbauen müssten? Nein, also das sagt sie jetzt konkret nicht, sondern das ist ja klar, dass es darum geht, dass wir dieses System innerhalb der Energiewende einfach ersetzen müssen. Dazu gibt es ja gute Alternativen. Wie wir wissen, die Wasserkraft wird ausgebaut, die Windkraft wird ausgebaut, die Photovoltaik wird ausgebaut und all die Geschichten, die dann rundherum sein können. Ob das ist ja die Wasserstoffstrategien, die die Länder jetzt langsam entwickeln, wo halt ganz große Fragezeichen sind, wo soll der viele Wasserstoff herkommen, weil der mit sehr viel Energie erst nur erzeugt werden kann. Thema Wasserstoff vielleicht auch ein bisschen weiterführend zum Thema E-Fuels und Mobilität der Zukunft. Da wird oft von der ÖVP vor allem momentan ins Spiel gebracht, dass wir möglicherweise Verbrenner über das Jahr 2035 hinausfahren könnten, weil man die ja auch mit E-Fuels betreiben könnte. Was ist denn darauf eigentlich die Expertensicht? Ja, Vorsicht. Also bei dem, wo die Entscheidung da ansteht in Brüssel für die EU27, da geht es nicht darum, dass man ab 2035 auf keinen Fall mehr mit einem Verbrenner fahren kann, sondern es sollen keine neuen Verbrenner zugelassen werden. Es ist immer klar gewesen, dass sozusagen diese Autos, die davor noch zugelassen werden, auch weiter fahren dürfen. Zum Thema E-Fuels, das ist ein bisschen komplizierter. E-Fuels sind letztlich synthetische, sehr saubere Kraftstoffe, die nachhaltig sein können, wenn das CO2, also der Kunststoff, der im Treibstoff ist, aus der Luft, aus dem CO2 irgendwie rausgeholt wird. Das geht. Also in Wirklichkeit ist die Rechnung einfach Wasserstoff und CO2 kann man umbauen zu einem tankbaren Kraftstoff. Das Problem dabei, du brauchst wahnsinnig viel Energie, damit das funktioniert. Und da ist die einfache Rechnung, ich habe ein Windrad, das produziert einen Strom und das geht in ein Elektroauto, das ist unglaublich effizient. Oder ich habe ein Windrad, das muss einmal in einer Elektrolyse, da wird Wasserstoff hergestellt. Dann wird mit sehr viel Energie das CO2 aus der Luft gefiltert. Dann wird das zusammengebaut und daraus chemisch sozusagen in chemischen Prozessen ein tankbarer Treibstoff gemacht. Da geht die Rechnung natürlich nur schwer auf. Tatsache ist aber bei den E-Fuels, um das auch irgendwie zu erwähnen, auch die Grünen sind nicht gegen E-Fuels. Die sagen, E-Fuels werden wir brauchen für die Bereiche, wo wir das Öl einfach ganz schwer setzen können. Das ist vor allem die Flugzeugindustrie und die Schiffindustrie. Nur im Vergleich zu den Autos, die wir weltweit haben oder auch in Europa haben, ist das, was die Schiffe und die Flugzeuge brauchen würden an E-Fuels, relativ gering. Also das könnte man wohl noch herstellen. Für alle Autos wird sich das wohl nicht ausgehen. Habe ich dich vorher richtig verstanden? Würde das dann aber trotzdem heißen, wenn ich zum Beispiel im Jahr 2025 einen Verbrenner kaufe und der hat eine gute Haltedauer, dann könnte ich den auch über 2035 hinaus mit Benzin unter Diesel fahren? So ist es, mit kleinen Einschränkungen dabei. Also du darfst nicht vergessen, dass das erste Problem ist, wir haben mittlerweile eine CO2-Steuer, die hat begonnen. Die ist noch sehr gering. Wir reden von 32,5 Euro pro Tonne CO2, die das verursacht. Die CO2-Steuer, das ist aber auch klar, steigt jedes Jahr. Jetzt kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen, wie hoch die 2035 sein wird. Aber weniger wird es nicht werden. Das Problem ist, dass der Treibstoff eben mit Sicherheit teurer wird, weil das ist ja das Ziel der Politik, diese Form der Energie einfach nicht mehr attraktiv zu machen. Und wenn sie einfach teuer ist, dann haben wir ein Problem. Um vielleicht noch einmal auf den Bericht sprechen zu kommen. Jetzt ist die Frage natürlich immer, wie gut performt Europa und vor allem wie gut performt Österreich momentan eigentlich in klimapolitischen Fragen. Da sind, glaube ich, wenige Print- und Online-Journalisten in diesem Land näher dran als du. Vielleicht kannst du da eine kleine Einschätzung abgeben, vor allem zu Österreich. Okay. Es ist so, dass der European Green Deal ist kein schlechtes Instrument. Das ist vor zwei Jahren vorgestellt worden in Brüssel von der EU-Kommission sozusagen. Wie kriegen wir Europa klimaneutral bis 2050? Das ist ein heeres Ziel. Und der erste große Step wäre bis 2030. Da muss die EU, die gesamte EU insgesamt, die Emissionen um 55 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Da sind einige Staaten schon weiter und einige Staaten weniger weit. Wir gehören zu den Staaten, die weniger weit sind. Also wir haben vielleicht drei, vier, fünf Prozent vielleicht bis jetzt geschafft im Vergleich zu 1990. Ich sage das deswegen mit so einer großen Unsicherheit, weil die letzten drei Jahre waren ja keine, also durch Corona ja irgendwie problematisch sozusagen. Da ist teilweise einfach viel weniger emittiert worden. Und die Frage ist, wie sich das einmitteln wird. Aber wenn wir die 2019er-Zahlen nehmen, dann sind wir eigentlich, müssen wir eigentlich fast 50 Prozent reduzieren in den nächsten sieben Jahren. Jetzt gibt es gewisse Klimaziele, die wir erreichen müssen. Bis 2030 zum Beispiel 48 Prozent Emissionen einsparen. Ist das überhaupt noch realistisch? Naja, es braucht halt einen wirklich starken politischen Willen. Den kann ich bei der Bundesregierung, jedenfalls auf der ÖVP-Seite, nicht erkennen. Bei den Grünen wohl schon. Aber die Grünen sind da wirklich ein Juniorpartner, der, ich finde, die geben sich eh Mühe, aber so richtig funktioniert das nicht. Und man muss auch sagen, auch bei den anderen großen Parteien, also bei der SPÖ und bei der FPÖ bin ich da etwas, muss man das irgendwie kritisch sehen. Da ist die Prämisse eigentlich immer nur, es darf nicht viel kosten. Es wird aber was kosten. Und die Auswirkungen, wenn wir nichts tun, die werden viel, viel mehr kosten. Zum Beispiel? Naja, die Auswirkungen sind ja schon da. Also wenn wir schauen, derzeit haben wir eine Dürre in Europa, in Südeuropa und auch in Österreich. Also wenn man jetzt im Wald spazieren geht, merkt man, wie staubig das ist. Dazu muss man sagen, wir dürfen natürlich nicht verwechseln den Unterschied Wetter und Klima. Wetter ist sozusagen das Aktuelle, wenn wir aus dem Fenster schauen. Und Klima ist quasi der Rückschau auf 30 Jahre Wetter. Also ob das sozusagen wirklich schon der Klimawandel ist, wir gehen natürlich davon aus. Zu Recht kann man aber sagen, es gab früher auch immer wieder Trockenperioden. Aber diese Auswirkung ist jedenfalls da und die wird nicht weniger werden. Die Wissenschaft sagt ja ganz klar, Wetterextreme Ereignisse werden massiv zunehmen. Und bei Wetterextreme Ereignissen geht es einerseits um Dürren, aber andererseits plötzlich Hochwasser. Das heißt, für Österreich geht man eher davon aus, dass der Niederschlag insgesamt über das Jahrgesinn gleich bleibt. Aber, und das kann man jeden Bauern in Österreich fragen und jede Bäuerin, sie merken, dass die Häufigkeit sozusagen. Also es ist ewig lang regnet es nicht und dann regnet es wahnsinnig viel auf einmal, sodass die Böden gar nicht aufnehmen können, die Grundwasserspiele sich nicht fühlen können und so weiter und so weiter. Und diese Probleme werden sich wohl verschärfen. Es wird eh schon gegengesteuert. Es heißt im Bericht, es wird schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, im Ozean und in der Kryosphäre, also in der Eiswelt, respektive auch in der Biosphäre, am Hartz bereits gegeben. Was passiert denn, wenn es nicht aufgehalten wird und einfach so weitergeht? Da müssen wir unterscheiden, was in den nächsten 50, 100 oder in den nächsten 3 bis 500 Jahren passiert. Also ganz, ganz langfristig wird, wenn das so weitergeht, wird kein Eis mehr überbleiben. Und wenn kein Eis mehr überbleibt, steigt der Meeresspiegel um gute, glaube ich, 67 Meter. Ziemliches Problem. Können wir aber sagen, das betrifft ja unsere Ur-Urenkel, dass es uns jetzt wurscht. Bis wann? Das dauert Jahrhunderte. Also speziell das Grönland-Eis, bis das abschmilzt, aber das dürfte unwiederbringlich bereits abschmilzen. Das wird passieren. In der Antarktis, da haben wir noch wirklich Kilometer-dicke Eisschichten. Das dauert Jahrhunderte, bis das abschmilzt, aber derzeit schaut es so aus, als wird das passieren. Abschließende Frage, lieber Bernhard. Kann der menschengemachte Klimawandel überhaupt noch in einem Ausmaß aufgehalten werden, dass wir nicht vor einer Riesenkatastrophe stehen? Oder ist dieser Zug längst abgefahren und wir müssen uns an die neuen Gegebenheiten anpassen? Anpassen tun wir uns ja schon. Also du hast ganz am Anfang zitiert, die Industrie-Landwirtschaftskammer, die hat diverseste Maßnahmen bereits ergriffen, wie man sozusagen auch schauen kann, dass die Ernährungssicherheit gewährleistet ist, indem wir zum Beispiel Rückhaltebecken bauen, indem wir uns anschauen, wie viel Tonawasser können wir eigentlich entnehmen, zu bewässern und so weiter. Also das passiert schon. Was wir nicht machen können, ist die Wälder gießen. Das ist ein Riesenproblem. Also es gab bereits letztes Wochenende am Tulbinger Kugel in Wien den ersten kleinen Waldbrand. Der ist schnell in den Griff bekommen worden, aber sowas wird wohl passieren. Die Auswirkungen bleiben aber große. Also auf die Ernährungssicherheit, auf die Biosphäre, man muss das so verstehen, wenn die Blühe zum Beispiel, wenn Blumen plötzlich oder Bäume viel früher blühen, als die Insekten überhaupt geschlüpft sind, dann können die nicht bestäubt werden. Also solche Kettenreaktionen passieren dann an dauernd. Wenn wir die Nahrungsmittel, die wir eigentlich jetzt relativ gut produzieren, also Österreich ist da in einem hohen Ausmaß autark bei der Lebensmittelproduktion, wenn das nicht mehr funktioniert, einfach weil wir das bei uns nicht machen, dann müssen wir das importieren, dann kann aber auch sozusagen unsere Lebensmittelindustrie hier nicht weiter arbeiten, sondern dann können wir einfach nur die Produkte importieren. Also solche Auswirkungen, die sind ganz klar und die passieren, die werden passieren, in irgendeiner Form. Aber deswegen gibt es immer zwei Schienen. Das eine ist, wie kommen wir raus aus den Emissionen? Wie schauen wir, dass wir so schnell wie möglich die Emissionen vermindern? Die Österreicher waren da bis jetzt nicht wahnsinnig gut. Und die andere Frage ist immer die Adaption. Also wie können wir uns anpassen an den Klimawandel? Und da bin ich mir sicher, wird noch viel mehr gemacht werden müssen, bei der Emissionsreduktion sowieso. Lieber Bernhard, vielen Dank für deine Expertise. Bitte gerne. Ja, das war mein Kollege Bernhard Gaul und das war es auch schon wieder mit dem Tele-Podcast des Kurier. Heute mit mir, Michael Hamerl, produziert wird der Podcast von Ilias Natmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Servus. Bis zum nächsten Mal.